ok los geht's hier auf dem bruch unsere seite hat zuerst zuschlagen so zum ersten mal hier mit der perino model 1908 in gold edition von oben nein weg hier die nach das ist eine krasse voll das zeitliche magazin hier aufbleiben ist ja wirklich automatik automatik kann man die von hinten weg machen ich komme da ich glaube von hinten im berghof vom süden vom süden die ein habe ich zweiten auch noch mal vorsicht habe eine granate dahinter die sind da ganz außen an der map ganz außen oder kommt daher zu euch runter haben wir wollten ja ganz im norden sind nur zwei drei vier ausgelöschte wohl nein hinter uns hinter uns nein nicht hinter uns direkt am baum mit der haftmine hast du den wegballert der war dann baum vielleicht macht mir weg das hat geil ausgeschaut der baum mit dem typ der wirzen weg brutzelt mit baum die lebt immer wieder automatisch noch weil hier ist einer bei mir normal wir sind auswählen es wird die explodiert die spät momentan spiele ich ganz gerne mit der bar echt? ja die habe ich auch mal die letzten tage ein paar mal gehabt die war gar nicht so ohne komm her das sieht mich gar nicht das steht neben mir im haus drin geil war da hier war einer? das habe ich gehört ok los gehts wo sind die? immer noch süden? südosten? da wo ich bin ok Richtung süden oder? da kommt schon einer oh der hat mich jetzt aber hier schnell ah ist flack da im haus 7,5,4,3,2 na sani kommt nicht oder? da ist noch nicht das ist jetzt ein witz das ist ein witz was ist ein witz? ja ich schon ist noch fünf mal in dem rand nein er macht nie weg aber er hat noch 100 ok das ist das ist ein witz das ist ein witz total eigentlich noch witzig da oben kommt jetzt nein da war bestimmt noch einen hinterm baum ja aus dem fans hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns naja gespielt da und du kannst mich holen aber pass auf da steht einer direkt im haus da steht eine tür oh weg hier weg hier da war da einer noch in der mauer und so ja ach da ist ein gegner der äh zwei drei von uns und der gegner und du bist noch da? kannst du ihn nochmal holen? nein ja wir sind halt zwei versorger und einen medic man ey ey wo ist die reinholt? wo 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 oh 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 was bei mir irgendwo in einem haus bei mir so die krise ja gerade oh die ganze zeit hier vollgeballert fuck nur noch granaten 1 2 3 4 5 und viele granaten kommen da noch leck mich halt ach der ist das nächste mal wieder ei 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 nein 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 woher von oben von berg er ist eine granate wow what the fuck weg hier ich muss hier weg das ist mir eindeutig zu viel action nein jetzt hat es hinter uns wieder menschens kinder was soll ich hat jemand munition bestellt das ist so süß das ist doch das hat eine ihrer speer woh 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 dahinter an der nein hat mich der andere da was da in der ecke sind jetzt ein haufen hä wo wir grad waren das ist eine kleine bei dem kleinen häusle da super den das drei meter von mir entfernt der sani und holt mich nicht ist wahrscheinlich unten wahrscheinlich unten im haus und checkt es nicht dass da noch einer drüber sein könnte ich kann mich locker holen jetzt bin ich wieder ganz oben im haus hm hm vielleicht war der da oben sie ist da sind die unten im haus irgendwo kann man da irgendwo hoch da wisst ihr was sind die bei uns unten hier und so wo sind die zwei waren geradeaus in ordnung ah da einen hab ich für den anderen sehr schön hier ich hab ein bisschen munition übrig wo ist der Rest vom Schützenfest wo ist der Rest vom Schützenfest da kommt schon wieder die kommt schon wieder von dahinten von dem Map ganz außen nein fuck hm 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 jetzt aber naja 3,90 das passt schon das passt schon da ja den nehmen wir mit den Zügen da hinten sind auch noch welche da noch einen kriegen ja zumindest hilfe ja 99 last kill jawoll sich 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 sehr schön wenn jetzt die runde wieder so beschissen ist dann wäre die auch wenn jetzt die runde wieder so beschissen ist dann wäre die auch ja ja das war jetzt die erste hier zum aufräumen das war ganz komisch die laufen da irgendwie nix weil wir nicht 50.000 mal rein halten und nix passiert und die machen zwei Schüsse und die falten das geht gar nicht du warst jetzt sunny gell das das war jetzt nicht eine weite entfernung das war total nah ne also da kann man nicht daneben schießen das geht gar nicht okay mit dem Visier ne nach coercion wo sie uns dazu stellenweise doch viel ab donation haben haben da war irgendwie doch nicht so ich bin Bis zum nächsten Mal.